Dieses zu erwerbende 9 Zimmermehrfamilienhaus liegt in Dortmund. 1953 wurde dieses Objekt erbaut. Das Haus verfügt über vier Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von circa 585 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von circa 225 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 258.500 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.